Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar möchte ich mit diesem Video Eintrittskarten für die Äquitana an euch verlosen. In Zusammenarbeit mit der Äquitana habe ich nämlich dreimal zwei Eintrittskarten für euch. Das ist diesmal ein Gewinnspiel nur für YouTube, also ihr könnt nur hier teilnehmen und zwar indem ihr in die Kommentare schreibt, wen ihr gerne auf die Äquitana mitnehmen würdet. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und es wäre natürlich auch schön, wenn ihr einer meiner Abonnenten seid, weil das Gewinnspiel natürlich für meine Abonnenten sein soll. Am Gewinnspiel teilnehmen könnt ihr bis zum Wochenende, also bis Sonntag und dann werde ich die Gewinner unter diesem Video unter dem jeweiligen Kommentar benachrichtigen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, ob ich auf euren Kommentar geantwortet habe, weil ich hatte es jetzt auch schon zweimal, dass ich Gewinnerinnen hatte oder benachrichtigt habe, die mir nicht geantwortet haben. Also schaut auf jeden Fall nach. Wenn ihr euch sonst nach zwei Tagen nicht gemeldet habt, dann werde ich einen neuen Gewinner aussuchen. Die Eintrittskarten sind übrigens nicht an einen festen Tag gebunden, sondern können an einen beliebigen Tag eingelöst werden. Wie das funktioniert, steht auf der Rückseite. Also wenn ihr gewonnen habt, dann könnt ihr euch auf der Rückseite durchlesen, wie ihr die Karten online oder vor Ort einlösen könnt. Ich bin sicher am 25. und 26. März auf der Equitana, also am letzten Wochenende und eventuell nochmal unter der Woche am 18. glaube ich, aber das steht noch nicht ganz fest. Und ja, freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder viele von euch zu treffen. Die Equitana ist ja jetzt schon wieder zwei Jahre her und ich freue mich natürlich sehr darauf und auch nicht nur aufs Shoppen, sondern auch auf das gesamte Showprogramm, das man sich den ganzen Tag über anschauen kann. Die Equitana selbst hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, den werde ich euch jetzt mal hier oben in so einer Infokarte verlinken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, da gibt es auch viele Videos rund um die Equitana. Noch eine kleine Info zum Schluss. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich durch meine Bachelorarbeit und den letzten Uni-Stress in meinem Studium nicht ganz so viele Videos machen konnte und bin jetzt auch leider wirklich nicht großartig dazu gekommen. Leider müsst ihr auch noch ein bisschen auf neue Videos warten, weil ich ab heute Abend erstmal einige Zeit im Ausland sein werde und da bleibt der Laptop nochmal zu Hause. Ich werde zwar die Kamera dabei haben, weil ich auf das große Abenteuer gespannt bin, aber unterwegs werden auf jeden Fall keine neuen Videos bearbeitet. Leider. Ja. Also müsst ihr euch dann leider bis Ende März, Anfang April gedulden, bis es endlich wieder neue Videos gibt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dann wieder regelmäßig neue Videos geben wird, weil ich ja dann auch mein Studium jetzt wirklich fertig habe. Gut, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr euch über dieses kleine Gewinnspiel freut und hoffe, wie ich schon gesagt habe, viele von euch dann auch auf der Equitana zu treffen. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!